Musik Gerade läuft alles richtig rund bei den Spreefüchsen. Und sie sind hungrig. Hungrig nach mehr. Wir haben heute gewonnen meiner Meinung nach aufgrund unseres starken Angriffs. Wir haben viele einzelne Tore gemacht. Jeder wusste, wo der andere hinläuft. Und es hat uns schlussendlich den Sieg geholt. Die Tabellenführerinnen aus Berlin haben schlusslich SV Werder Bremen zu Gast im Puchsbau. Leichtes Spiel für die Füchse daher, die die Partie mit einem sagenhaften Ergebnis von 30 zu 19 gewinnen und somit ihre Führung weiter ausbauen konnten. Die Mannschaft von Susann Müller in Grün ist immer noch ungeschlagen. Und das hat einen Grund. Das unfassbar effektive Angriffsspiel der Füchse. Von Beginn an dominieren sie ihre Gegnerinnen. Beispielhaft das Tor von Simona Kolosowé. Linea Höbel mit der 8 passt auf die reinlaufende Kreisläufterin Bo Decker. Der Ball geht auf halb außen zu Simona Kolosowé. Und da steht schon Swirokova, die aber nicht wirft, sondern Kolosowé den Ball passt und zu 9 zu 5 trifft. Dementsprechend auch der wohlverdiente Halbzeitstand von 15 zu 10. Die Außenspielerinnen sind heute natürlich viel erste Welle gelaufen, was uns dann schlussendlich den Sieg eingebracht hat. Und wo die Gastgeberinnen in der ersten Hälfte angefangen haben, geht es nach der Pause gleich weiter. Ein Tor nach dem anderen für die Füchse. Die Gäste aus dem Norden sind völlig überrollt. Das liegt auch an der starken Defensive, den die Gastgeberinnen flink zum Tempo-Gegenstoß nutzen. Aber es geht auch anders. Erst der Spielaufbau, bis Kreisläuferin Anja Wagenlader auf ihre Position läuft und zack, den Ball zum 25 zu 17 versenkt. Das große Ziel ist selbstverständlich der Aufstieg in die erste Bundesliga. Dafür braucht es vor allem eines. Einen stabilen Abwehr heraus, einen Angriff zu spielen und wenig technische Fehler. Und dann haben wir eigentlich schon die Grundzutaten von einem guten Handballspiel. Und natürlich Konstanz. Nichtsdestotrotz ein weiterer Sieg auf dem Konto der Spreefüchse, die bis jetzt nur einen einzigen Punkt abgegeben haben. Beim nächsten Spiel gegen die HSG Freiburg soll es dann natürlich auch wieder rund laufen. Eins ist sicher, die Füchse sind hungrig nach mehr und die Jagd hat gerade erst begonnen.